Wenn ich mich drehen will, fülle ich weiter nach vorne. Die Hüfte ist ja laut. Dann muss ich die Hüfte erstmal nach vorne drehen. Wenn ich das Bein hier stehen lasse und dann blockiere ich. Wenn ich auf dem großen Zeh drehe, dann mache ich mir das Knie mit der Seite kaputt. Deswegen drehe ich es auf dem Hüfte. Bleiben Sie mal. Und ihr seht, ich bin eigentlich hier schon raus. Und ich verlagere nicht das Gewicht auf beiden Beinen kleinmäßig. Das verdreht auch meine Knie, meine Hüfte, geht kaputt. Was ganz leicht ist, dass ich bin noch hin und drehe aber nur die Hüfte. Diese Kraft geht hier hin auf einen Kreis. Das ist der Mittelpunkt des Kreises. Der Mittelpunkt des Kreises ist mein kleines Zehball. Wenn ich die Ferse absetze, lüfte ich sofort hin. Das ist wie ein Spiel. Das ist ja eine Hitze. Der Mittelpunkt des Kreises künftzes, die Gäste hochsext. und raus. Das ist natürlich Frauenform. Ich arbeite mit diesen kleinen Schritten in der Nadelstraße. Also wichtig, nicht bei den Leitseiten zu lassen, sondern wissen, was ist der Rukopool. Also einfach zum Beispiel. Ich habe eine Rege zu einer Kuh, die kommt so hoch. Da komme ich nicht hin. Hier könnte ich hin. Aber trotzdem damit. Die sind wirklich raus aus der Linie. Sie sind effektiv und gerade im Einkiefer. Wenn man zu groß macht, wie man es manchmal sieht, wird das einfach unphysiologisch. Der Rest der Hüfte, ich habe keine Achse. Wichtig ist, dass ich ganz genau weiß, wo ist meine Körperachse. Das ist das, was du beim hinteren Ferse. Jetzt über der Ferse. 0-1, nicht beide Beine gleich. Dann gibt es ein Lied beim Zufußgehen. Spiel, wo ist mein Schwert? Das macht die Sachen so flüssig und unglaublich schwer zu fassen. Das fließt weg und unglaublich schwer zu fassen. Der Schieb wird da wie auf so einem Lager. Das ist das Bein. Das passiert durch eine bewegliche Hüfte. Und durch die richtige Koordination. Das Knie bleibt in Richtung der Zeh. Das bleibt nicht so stehen. Alles aus der Hüfte. Das Bein. Hier. Nicht aus dem Fuß. Das ist richtig, wenn ihr das übt. Das macht die Hüfte sehr geschmalt in der Zeit. Das ist richtig, wenn ihr das übt. Das macht die Hüfte sehr geschmalt in der Zeit. Das macht die Hüfte sehr geschmalt in der Zeit. Das macht die Hüfte sehr geschmalt in der Zeit. Auch wenn ihr das sehr geschmalt in der Zeit.